Hi, hier ist Henry Jacobi und ihr seht... Hi Junge, alles gut? Super. Geil. Geile Kiste, Alter. Gute, für die 100. 100 Challenge? Ja. 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 Leon! Alter, echt klasse, fährst du mit heute? Gar nicht. Gar nicht. Auf der Pause. Du bist zu schnell für WM. Zu langsam. So, geil. Da? Alles klar? Ja. Und? Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch richtig. Extra wegen, wie heute mal hier kommt. Ja, und nur heute? Nur heute, ja. Egal, da gebe ich heute Gas. Geil. Wie ein Quali-Race hier mit mir. Nee, das können wir nicht noch mal machen. Das kann ich nicht so oft wiederholen. Das ist ja geil, Alter. Alter, Richard Motorfrausser. Alter! 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 Die große Unbekannte, die ist seinem Fitnesszustand über die Distanz. Und da geht es vor, auf die 1, 1,49, 2,16, schneller als morgen. Die Quimolli-Steilhang unterwegs, ja persönlich beste Zeit im Sektor Nummer 3. Das warten wir ab, kommt auf die Startgerade drauf, dann geht es hinten um 180 Grad links rum, bevor es an der Boxengasse dann vorbeigeht. So, 2,3 Sekunden liegt da, Evans, denn das ist der größte, das ist mein Arzt. Das ist der größte Start von Tim Geiser, der sichert sich jetzt erstmal den Ruh schon vor Pappo und vor Ocke Prado. Aber vorne erstmal Tim Geiser, aus Jonas, Menschen, Evans, nach vorne, Karls Zweifelmeister des vergangenen Jahres. Dann so, der guckt gut weggekommen, aber hinten, der guckt, 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 der guckt. Er hat richtig durch die Luft geflogen, Rieserpech für Maxime Rino. Aber auch Rieserpech. Und jetzt will ich euch alle einmal hören für Henry Jacobi, der jetzt alles geben muss, um da vorne dran zu bleiben. Ja, Jeremy von Ordumäck, den Metapilot im Nacken, der richtig Ruf war. 2. 70 Langsamer als du warst gewesen, das war Arno und die Matrippe, und da ist der Kugel hier, aber jetzt in der letzten Runde 1,2 Sekunden langsamer war als Matrippe, aber wiederum eine Sekunde schneller war als eine Fertigke auseinander. Auch Witte ist da nicht allzu weit weg, doch Tom Koch, wenn er sich jetzt ein bisschen Zähne zusammenweist, kann der Raum sein an dieser Gruppe, die bis zu Glashelf vornimmt. Thema verschickt jetzt auf Prado, der konnte sich freifahren und Roman Trevenen, der hat nicht wirklich viel verlernt in den 6 Monaten Pause, ist am Hinterradrand. Der Schäcki batet genau in den 3 Höhepern, der in der letzten Runde etwas langsamer war, als sein Vordermann haben wir. Das heißt, dass das wirklich dwa, drei, was der No tier, ist ein Jäger, in der Süd. Die Weltmeisterschaft liegt bisher ein super Rennen von ihm hier auf Position. Die Weltmeisterschaft liegt bisher ein super Rennen von Position. Sie haben Ende nochmal Kondition und Stefan Löwen befragt, weil nicht nur von Henry, sondern auch von... Sie haben Ende nochmal Kondition und Stefan Löwen befragt. Sie haben Ende nochmal Kondition und Stefan Löwen befragt. Sie haben Ende nochmal Kondition und Stefan Löwen befragt. Sie haben Ende nochmal Kondition und Stefan Löwen befragt. Sie haben Ende nochmal Kondition und Stefan Löwen befragt. ja wenn ich nur wüsste wo ich in mein auto steht so leute veranstaltung ist vorbei hier in deutschenthal samstags veranstaltung sonntag komme ich ja nicht und geil war wieder henry jacobi zu filmen oder zu treffen und nächstes mal bin ich in jüterburg senioren 50 film endlich wieder die richtigen motocrosser so bis dann der rote ich mache feierabend ich bin durch